wieder finde mit entzündeten kerzen das hier ist die stromabteilung schon mal das muss ich hab so nein das muss da oben hin oder und das muss auch das wird auf jeden fall schon die schnur da oben lösen und die murmel muss darunter fallen oder und das auslösen ist es richtig wozu ist das da und wie soll das entzündet werden was ist das da ist das eine lupe wo das gibt nichts mehr das hier muss jetzt irgendwie ok das muss ok das muss anders platziert werden ich brauche noch irgendwo ein kabel oder habe ich noch ein kabel? ne ich habe keinen kabel ok warum kriegt das direkt strom? ne ok das darf nur bei berührung strom kriegen ok mir nach zeit darf der strom kriegen nach zeit so läuft der hase und du bist komplett unnötig facket 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 egal ich kann das ganze hier eigentlich oben hin bauen oder? ne die batterie ist natürlich fest ich muss nur wichser boah wenn das klappt ne bin ich der king hier ist nach zeit ne wie viel zeit braucht ihr denn? ich hoffe du unterbrichst nur wegen eines dringenden telefonen ach das muss auch nach das muss nach zeit gestartet werden genau scheiß mal auf das da oh jetzt habe ich gerade versucht das kabel zu drehen ok und das dann hier hin und das da ist komplett unnötig das soll nur verwirren ja zeig mal was denn hier steckt ja zeig mal was denn hier steckt ja zeig mal was denn hier steckt oh ich bin so der oberking ich bin alter sie ziehen mich verzwickt aus hier ist eine ziemlich große stimmung ja eine ziemlich geladene groß alter geladene stimmung deshalb versuch deshalb vorsicht lass das dynamit nicht explodieren transportiere dafür die untere kiste in den korb geladene stimmung alter ohne scheiß die untere kiste in den korb transportieren wie 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 was habe ich hier noch alles das war's ah die war für nicht gute idee einfach so sagen das war's ja ist falsch es muss nach zeit und das offensichtlich das was dahin eventuell und das wohin das dahin ist das ding nicht explodieren das ding nicht explodieren ich bin inkompetent ah fuck ich bin inkompetent das und das jetzt so oder wie ja schon verloren das wurde angezündet das ist viel schneller und durch durch die Das hier kann ich ja verstellen, ganz vergessen. Nee. Volle Deckung! Oh, ich bin der King. Oh, ich bin sowas von der King. Entschuldige. Oh, ja. Ich finde es echt erstaunlich, wie einfach manche Level sind. Er ist richtig erstaunlich. Lösch die Kerzen mit den Tennisballen, lass den Zeppelin nach links oben aus dem Bild fliegen und fast hätte ich es vergessen. Beide Kontaktschalten müssen ausgelöst werden. Wichtig, der Kissen muss ordentlich Druck haben. Heeeh. Das muss schon mal so... Geht ab. So. Perfekt. So. Nach rechts oben aus dem Bild fliegen lassen, sagst du? Aber wie... Kann ich ihn abknallen? Wie geht das? Oh, was? So. Und wo kann ich noch was befestigen? Den, 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 den. Den, 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 den. Den, 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 den. Den, 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 den. was war die aufgabe durch die kerzen mit den tennisball die kerzen mit dem tennisball ich habe mir den fall gelöscht das wollen wir mal jemand nachmachen warte ich will nur noch mal einen blick auf meine hausratversicherung werfen lass den zeppelin nach links oben nach links oben aus dem bill fliegen nach links oben rechts die karte mit dem tennisball das befestigt das nur wegen eines drehenden telefonen wie mache ich das jetzt das dahin und das wie lange es so sei da habe ich aus dem bildschirm getappt sorry boah schwer das hab ich nicht gesetzt ne nee ich kann gar nicht so viel setzen und trotzdem ist es so fucking schwer ohne schweiß da geh nicht sogar ok ok das kann ich nicht setzen das kann ich allerdings auch nicht daran setzen ich muss irgendwie beide kann ich das da unten dran schießen ganz knapp da unten dran schießen noch weiter nach vorne noch weiter nach vorne noch weiter nach vorne ne jetzt habe ich es ausgemacht scheiße ich habe irgendwie die verkabelung vergessen oder ne ich habe ich glaube ich habe das kabel durch geschossen ja das war ziemlich heftig ich will nur noch mal ein bisschen aus was wir das mal weg mal gucken wie es bis dahin funktioniert dann zeig mal was in dir steckt das war mir schon vorher klar ah ok vielleicht wenn das angemacht wird soll dann die armbrust abgefeuert werden das wärs doch oder warte brauche ich noch ein kabel ach ne strom kommt ja von dem hier das sieht ziemlich verzwickt aus ach ich habe das habe ich mir verdient eine holung ist ein dampfbad damit es aber wirklich eine holung wird entferne die kerzen bevor der wecker klingelt hä kerzen ausschießen oder wie die 呀 ich du Vielen Dank.